So ein ganz normaler Drehtag. Wir besorgen uns erstmal völlig legal Müll. Was macht ihr da? Beide. Also ich hab noch nie Müll gesucht. Boah, da ist der Windel! Warum Frank? Also ich kenn, wen der das jeden Tag macht. Boah, Frank. Ne, ich sag jetzt nicht wer. Deine Mutter oder was? Deine Mutter. Aber ich hab eben vor, die Mutter. Ja, weil ich nicht wusste, ob deine Mutter zuschaut gerade. Jetzt halten sie sich fest. Ich hab hier diese zwei Koffer für sie. Wissen sie was da drin ist? Genau. Geld zeigen. Die Koffer sind voller Geld. Zwei zeigen. Sie haben im Lotto zwei Millionen gewonnen. Glückwunsch. Abgeben. Das heißt, sie müssen... Ich hab auch gerade gedacht, der ist so drei. Boah. Dann hat er drei Millionen, kriegst du eine. Das ist TC. Let's TC. Nein, Mann. Oh shit. Komm gleich nochmal. Hey du Arbeitslose. Wo sind... Machen wir nochmal. Moinchen. Ja, das greift das Hemd. Das schaut so schön lustig aus, oder? Dann muss dein Kopf noch ein bisschen weiter runter. Ich mach sie jetzt immer so. Das heißt, du musst vom Winkel ungefähr dort vorne bleiben. Und wenn du jetzt hier ganz rechts gehst, wirst du nichts lesen. Dann probieren wir jetzt aufs Schild zu suchen. Und wenn ich es raus ziehe, wieder raus zu suchen. Verstehst du? Warte, ich halte es rein. Du suchst hin. Ich ziehe es raus und du gehst wieder raus. Geht? Schaut es cool aus? 3, 2, 1, jetzt. Was ist Schild falsch rumgehalten? Stand Hartz IV auf dem Kopf. Okay, Blick wieder. Was ist das, was ich hier raus bin? Was ist das, was ich hier raus bin? Da sind voller Geld. Groß, das sind Machenklamotten. Was da am Tisch ist, das sind Machenklamotten. Das kannst du nicht einfach so filmen, Mann. Ich filme die schon an, Alter! Kommt ihnen das ganz gelegen, oder? Oh oh. Dein Guder ist aber nur nicht da. Ne, ne die kommt, Mann. Ich bin nicht dran. Ne, ne, nicht ziehen. Ich bin mit ihm. Ich bin Frank-Reuss. Ich bin Frank. Darf du das mal singen? Ja. Bei dir mal, ne? Ja. Genau. Gut gesetzt. Mach dich gut. Hier hast du 5 Euro. Hol mir die Schachtflüge. Kippen, Alter! Kippen! Okay. Ich hab sie festgegriffen. Idiot. Okay, und jetzt noch dieses. Äh. Äh. Nein, Mann. Ich will nicht arbeiten gehen. Ich will noch ein bisschen harzen. Hätt ich Arbeit, müsste ich früh aufstehen. Lass mich noch ein bisschen harzen.